Hallo, ich bin der Daniel und ich bin der Cebo und ihr hört den Creepy Crip Podcast. In der heutigen Creepy Classics Folge geht es um Mary Shelley's Frankenstein aus dem Jahr 1994. Außerdem erfahren wir, warum Cebo das gesagt hat. Wir reden hier nicht über Entzug. Und wir finden heraus, warum Daniel Folgendes gesagt hat. Das kann doch nicht sein, Cebo. Und damit herzlich willkommen zurück zum Creepy Crip Podcast. Ja, heute wieder Creepy Classics mit Mary Shelley's Frankenstein. Schön, dass ihr da seid. Das heißt, ihr habt uns gefunden, weil es gibt uns diesen Podcast natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn alles gut läuft, dann findet ihr jetzt auch alle zwei Wochen dort eine Creepy Classics Folge, weil wir so viel Spaß daran haben, über alte Filme zu reden, dass wir das jetzt hoffentlich öfter machen können. Dementsprechend findet ihr hoffentlich alle zwei Wochen, also jetzt auch eine Creepy Classics Folge dort, wo es unseren Podcasts gibt. Also bei Spotify, Apple Podcasts und alle anderen Anbieter auch. Und wenn ihr witzige Fun Facts oder andere Sachen erfahren wollt zwischendurch, dann könnt ihr uns auf unseren Instagram und Facebook Account folgen. Da heißen wir Creepy Crip Podcast. Da gibt es auch manchmal ganz tolle Gewinnspiele. Und ansonsten haben wir auch einen Letterboxd Account, der heißt einfach nur Creepy Crypt Pod, weil Cast hat leider nicht mehr hingepasst. Und wenn ihr dann irgendwie noch Feedback habt oder so, dann könnt ihr uns auf all diesen Kanälen schreiben. Instagram, Facebook oder eben auch einfach eine E-Mail an kontakt at creepycrypt.de. Und dann können wir das vielleicht in der nächsten Folge vorlesen oder ihr schickt eine Sprachnachricht über Telegram. Da sind wir nämlich auch. Und dann würden wir uns sehr, sehr freuen. Und ja, jetzt starten wir mal mit diesem Creepy Classics über Mary Shelley's Frankenstein. Das ist der komplette Titel. Es ist ein etwas älterer Film. Und wir zeigen, wir sprechen heute über diesen Film, weil heute ist nämlich Frankenstein Tag. Ich zelebriere das schon seit einigen Jahren, aber es kommt leider noch nicht so ganz an. Deswegen dachte ich, dieses Jahr benutze ich diesen Podcast und wir machen eine Special Episode über einen Frankenstein-Film. Und deswegen habe ich Cebo gezwungen, diesen Film zu gucken. Wie fandest du ihn denn? Ich fand ihn ganz okay. Ich muss dazu sagen, ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben einen Frankenstein-Film geguckt. Ich glaube, es war mein erster. Ich habe noch nie einen einzigen Frankenstein-Film geguckt. Nicht mal den mit Boris Karloff? Keinen. Keinen. Das war mein erster. Okay, aber du hast sicherlich irgendeinen Film gesehen, der so auf Frankenstein basiert oder so. Nein, ich habe noch nie einen Frankenstein-Film geguckt. Das ist mein erster. Das kann doch nicht sein. Cebo. Also, wenn es jetzt keine so Anspielung oder Frankenstein-esk irgendwie ist, wo jemand Leichen wiedererweckt, dann habe ich noch nie einen Film gesehen, wo Viktor Frankenstein als Person auftritt. Was ist mit diesem, oh mein Gott, jetzt muss ich dir alle denken, helft mir, schreibt dir mal die Frankenstein-Filme, die ihr vielleicht gesehen haben könnt. Aber I Frankenstein gab es ja auch mal. Es gibt einen Film, der ist Viktor Frankenstein auch mit. Nein. Ich kenne es dergleichen. Wow. Okay, dann war es ja mal an der Zeit. Kanntest du die Geschichte überhaupt? Ja, klar. Wer kennt die nicht? So, das ist ja das Ding. Jeder kennt die Story. Und dann frage ich mich, warum sollte ich mir da noch 100 Filme angucken? Also, das hat sich einfach nie ergeben. Vielleicht, weiß ich nicht. Du hast auch nie das Buch gelesen, oder? Doch. Das schon. Ah, okay. Du hast das Buch gelesen, aber nie einen Film geguckt. Interessant. Also, ich bin ja riesiger Fan von diesen Universal-Monster-Filmen und dementsprechend habe ich davon natürlich alle gesehen und da natürlich tausendmal auch Frankenstein. Sogar vor ein paar Jahren mal im Sommerkino. Ist auch nicht so wichtig, aber ja. Okay, naja, cool. Wie fandest du ihn denn? Naja, also es ist so eine komische Beziehung zwischen mir und dem Film. Ich kenne den halt schon von voll früh irgendwie. Ich weiß nicht, wie der in mein Universum geraten ist, aber ich habe den auf VHS gehabt und habe den, glaube ich, früher eine Million Mal geguckt. Und weil, keine Ahnung, ich halt so die leichte Art von Horror mochte. Und das ist ja auch so in diesem Zeitraum, wenn Bram Stokers Dracula rauskam. Und das ist ja auch ein fantastischer Film. Und deswegen finde ich den eigentlich ganz toll. Und jetzt, nachdem ich, ich habe ihn ja ewig lang nicht gesehen, jetzt wo ich ihn wieder gesehen habe, dachte ich nur so, ja, der ist eigentlich meiner Meinung nach ein bisschen unterbewertet. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, ihn einmal anzugucken. Ich meine, der Cast ist ja auch unglaublich. Also ich meine, Kenneth Branagh, der macht ja Regie und spielt Viktor Frankensstein. Aber Robert De Niro ist das Monster. Helena Bonham Carter ist Love Interest von Kenneth Branagh. Ian Holm spielt seinen Vater. John Cleese spielt mit. Also es ist, da gibt es noch tausend andere Namen, die man nennen könnte. Aber das ist schon krass, ja, was da alles so aufgefahren wurde. Ja, also ich war auch überrascht, wer da alles mitgespielt hat. Ich habe das gar nicht erwartet und ich kann ihn ja gar nicht vergleichen. Also ich kann ja gar nicht sagen, oh, der ist aber viel schlechter als Frankenstein von 1912 oder so. Ich hatte keine Ahnung, ich weiß nicht, wann es die alle gab. Ich kenne, wie gesagt, nur die Originalvorlage und habe mich da aber sehr darauf eingelassen, weil die Namen kennt man alle so und eigentlich muss das ja dann auch bedeuten, dass wenn da so Namen dahinter stehen, dass das ja dann auch was richtig Gutes wird. Und ja, habe mich da darauf eingelassen. Ich habe mich tatsächlich gefragt, ob der so genannt wurde, weil Mary Shelley's Frankenstein ist das schon mal die, weil Bram Stokers Dracula vorher so gut irgendwie ankam oder so und dass sie einfach gedacht haben, boah, wenn Bram Stokers Dracula kommt, müssen wir auch Mary Shelley's Frankenstein machen oder so. Ich meine, es liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen daran, dass du dich natürlich, du kannst ihn ja nicht einfach nur Frankenstein nennen, weil du willst dich ja so ein bisschen abheben von der Masse. Deswegen heißt ja Bram Stokers Dracula wahrscheinlich auch Bram Stokers Dracula. Und so hast du halt Mary Shelley's Frankenstein, hast gleich den Bezug zu Mary Shelley. Und es gibt halt schon den 1930er Frankenstein mit Boris Karloff, der ja viel berühmter ist wahrscheinlich sogar. Aber ja, deswegen denke ich. In meiner Generation ist der nicht mehr bekannt, ja. Also wir kennen den nicht mehr. Das würde ich so nicht unterschreiben. Also ich glaube, diese Universal-Monster-Filme, da gibt es schon noch viele Leute, die die geguckt haben. Okay, wir können ja, bei Spotify kann man ja unten reinschreiben. Schreibt einfach in die Kommentare, ob ihr Frankenstein von... 1932 oder so. Von 1932 gesehen habt. Interessanterweise, bevor wir dann in den Film so ein bisschen einsteigen, habe ich noch gelesen, dass die Person, die das Skript geschrieben hat, also das Screenplay, gesagt hat, das ist das beste Skript, was ich jemals geschrieben habe und der schlimmste Film, den ich jemals gesehen habe. Also, ja, das ist interessant. Der ist tatsächlich nicht so gut bewertet im Internet. Was ich, wie gesagt, nicht verstehe, aber ich glaube, bei mir ist es so diese Nostalgie-Brille, die ich aufhabe, weil ich den früher super gerne geguckt habe. Aber eigentlich ist der ja schon ganz gut gemacht. Kannst du dir mal erzählen, für die Leute, die überhaupt keine Ahnung haben, wer dieser Frankenstein sein soll... Also für dich? Für mich, falls ich ihn noch nicht gesehen hätte, um was es denn in Mary Shelley's Frankenstein geht. Ja, also, im 18. Jahrhundert ist Viktor Frankenstein von dem gedankenbesessen, künstliches Leben zu erschaffen. Nach dem Tod seiner Mutter verlässt er seine Heimatstadt Genf und studiert Medizin in Ingolstadt, wobei er sich besonders für die Vorlesungen von Professor Waldman interessiert. Frankenstein beschließt, der Theorie Taten folgen zu lassen und begibt sich auf den städtischen Friedhof, um dort verschiedene menschliche Versatzstücke für sein Experiment zusammenzusuchen. Es gelingt ihm, eine künstliche Kreatur zu erschaffen, doch der Anblick seiner grotesken Schöpfung lässt ihn an seiner Arbeit zweifeln. Am darauffolgenden Morgen fehlt jede Spur von der Kreatur. Frankenstein hofft, dass sein Geschöpf der Cholera-Epidemie zum Opfer fällt, die gerade in der Stadt wütet. Doch dann muss er feststellen, dass die Kreatur außer Kontrolle geraten ist und sich auf der Suche nach ihrem Schöpfer befindet. Ja, das ist auch schon irgendwie der Ganze. Das ist so das, jeder kennt diese Story. Also ja, ich habe das Buch mal vor 100.000 Jahren gelesen, aber selbst ansonsten, man kennt das einfach. Es wird dann immer kompliziert, wenn die Leute nicht wissen, dass Frankenstein der Arzt ist und nicht das Monster und dann wird es immer so ein bisschen kompliziert. Aber ansonsten ist das halt super klassisch. Ja, klar. Ich meine, das ist die Story. Deswegen wurde sie auch eine Million Mal nacherzählt und du hast nichts davon gesehen. Ich fand es übrigens interessant, als ich deswegen nochmal geguckt habe bei Kenneth Brenner, nach seiner, was er so gemacht hat, weil ich kannte den natürlich früher. Der hat ja sehr viel ganz am Anfang seiner Karriere so Shakespeare-Filme gemacht und so. Und jetzt gerade ist er ja auch im Game, weil er diese ganzen Hercule Poirot-Verfilmungen macht. Da kommt ja demnächst auch einer raus. Der heißt Haunting in Venice. Und da führte er ja auch Regie. Aber was ich nicht wusste, und ich war so unglaublich überrascht, und das geht raus an alle Marvel-Fans, die das wahrscheinlich wissen, der hat den allerersten Thor-Film, da hat er Regie geführt. Das hat mich immens überrascht, weil ich nicht verstanden habe, was er da macht. Aber ja, klar, warum nicht? Was soll er gemacht haben? Seinen Job wahrscheinlich. Ja, aber dass Marvel Kenneth Brenner geholt hat, um das zu machen, weil der hat jetzt nicht irgendwie so Blockbuster bis dahin gemacht, und deswegen hat es mich so ein bisschen gewundert. Aber er hat in Harry Potter mitgespielt, und das qualifiziert einen ja auch irgendwo. Das war einfach, daher kannte ich ihn. Als ich ihn gesehen habe, dachte ich so, ah, das ist der aus Harry Potter. Ach so, weil ich glaube, das ist so der einzige Film, in dem ich ihn gesehen habe. Ich weiß gar nicht, wo er sonst, er ist halt so in meinem Gehirn, als dieser Gilderoy Lockhart, halt einfach festgebrandet. Ich weiß gar nicht, wo der sonst irgendwie großartig mitgespielt hat. Ja, krass. Also er hat ja eine riesige Filmografie, und er hat ja auch bei sehr vielen berühmten Filmen Regie geführt. Also Belfast, eben diese drei Hercule Poirot-Filme. Und ich kannte ihn zum Beispiel auch aus so einer Othello-Verfilmung und so. Also der hat irgendwie super viel von dem Zeug gemacht. Aber anscheinend ist Shakespeare nicht dein Ding. Nee, dann bin ich zu doof für. Ich auch, ich auch. Witzigerweise fängt der Film ja genauso an wie das Buch. Also ich fand erst mal, dass der Film an sich relativ nah am Buch war. Er hat zwar ein paar Freiheiten in sich genommen, aber ansonsten fängt er ja genauso an wie im Buch, dass wir halt diese Expedition zum Nordpol haben und dieses Schiff, was dann im Eis feststeckt und so. Und fand ich einen guten Einstieg. Also ich hab natürlich, weil wir jetzt letzte Woche erst die Dimitar geguckt haben, dachte ich erst mal so einen Moment, wie war das nochmal? Nee, das ist anderer, anderer. Das ist Dracula, das ist nicht Frankenstein. Ach, so war das. Das hätte der perfekte Moment für einen Crossover sein können. Ich fand's auch so lustig, dass ganz am Anfang hört man ja so Mary Shelley Stimme, also nicht Mary Shelley, aber du weißt schon, was ich meine, die halt so was sagt, so ein Zitat und dann wird so eine Titelkarte eingeblendet, die so erzählt von wegen, warum die überhaupt auf dieser Expedition sind. Das hat mich so jeden Menschen an Star Wars erinnert irgendwie mit der Musik und so. Das fand ich witzig. Aber ja, ist schon verwirrend. Damals gab's zu viele Segelschiffe noch, die umher schifften. Damals. Na, aber das mit dem Anfang, mit diesem, mit dieser Wall of Text, das ist ja auch so ein bisschen vielleicht, weil's auf einem Buch basiert und das ist so das Buch und du hast so die ersten Zeilen des Buchs und dann springt das in den Film über so, oh mein Gott, du liest gar kein Buch, du guckst einen Film. Oh mein Gott, Gott sei Dank. Ja, ja. In mir ist es nur, ich weiß auch nicht, als ich das gesehen habe, es ist so, ich meine, es ist ja das Erste, wenn man so eine Titelkarte sieht, dieser so lang läuft, dann denkt man halt irgendwie immer an Star Wars. Das war auch nur so. Aber übrigens, wenn ihr den Film noch gucken wollt und ich empfehle es, dann drückt doch jetzt nochmal auf Stopp, guckt den Film und dann kommt wieder, weil wir werden natürlich ausführlich über diesen Film sprechen und dementsprechend kann es sein, dass wenn ihr genauso wie Cebo die Geschichte von Frankenstein nicht kennt, dass ihr dann gespoilert werdet oder noch nie einen Frankenstein-Film gesehen habt. Entschuldigung, du kennst die Geschichte. Ich will es nicht falsch sagen. Ich kann mich hier nicht als ganz dumm darstellen. Ich bin gebildet, ich habe mal ein Buch gelesen. Ich fand es aber auch interessant, dass der halt genauso wie Last Voyage of the Dimitar halt quasi schon am Ende ansetzt. Also es ist ja schon, das Schiff ist ja eigentlich, wenn das da crasht und die dann auf Viktor Frankenstein, der da im Wassersprung, treffen und dann sagt er, ich erzähle euch jetzt meine Geschichte. So, bist du genauso wahnsinnig wie ich? Und dann erzählt er seine Lebensgeschichte. Und eigentlich ist es ja genauso, wie sie finden die Logbücher des Buches. Es setzt halt sehr weit am Ende an und dann kriegst du nochmal das Ganze drumherum, seine komplette Lebensgeschichte. Und fand ich ganz nett, klar, weil wenn man die Story vielleicht vorher kennt, ich finde das immer schwierig, wenn das dann so, das ist übrigens das Ende und jetzt setzen wir zurück, weil du ja dann definitiv weißt, dass dieser Charakter bis zu diesem Punkt irgendwie überlebt. Weiß nicht, also in dem Moment, weil ich kenne das Buch ja schon, deshalb wusste ich ja, wie es dazu kommt, aber ich finde es immer schwierig, dass man halt dann sagt, ah, okay, dieser eine Charakter, der ist jetzt also safe bis zum Ende. Bis er zu diesem Boot kommt, hat er jetzt Plot-Armor an. In dem Fall, wenn du denkst, dass es bis zum Ende geht, weil das weißt du ja auch nicht. Oft ist es ja bei Filmen gerne auch so, dass man die erste Hälfte die Geschichte nacherzählt, dann sind wir wieder an dem Punkt angekommen, wo wir am Anfang waren und dann wird nochmal was weitererzählt. In dem Fall nicht wirklich, aber ich meine, trotzdem könnte das passieren, weil du am Anfang ja noch nicht weißt, wo. Aber bei jedem Film, der den Titelcharakter im Titel hat, würde ich fast behaupten, dass die größtenteils überleben. Gerne könnt ihr mir ein Gegenbeispiel nennen. Oh, jetzt jetzt so 100 Beispiele kriegen, wo das nicht so ist. Das wäre cool. Ja, aber ich fand das auch ganz cool, dieses Ganze, ich weiß nicht, ich mochte das Setbild einfach von diesem Schiff im Eis und vielleicht weil ich The Thing sehr mag, weil es ja auch im Eis ist und so nicht einfach das alles, diese karge Nichts, dieses karge Nichts einfach, fand ich einen sehr stimmigen Einstieg, weil du ja dann auch so schämenhaft so eine blutige Hand siehst, die irgendwo über so ein Eis greift und so eine Figur im Hintergrund, die wegrennt und du auch schon so, weil du halt den Titel kennst, der denkst, oh, jetzt geht's los, jetzt kommt das Monster und schnetzelt hier und dann, ja, kriegst du die Geschichte erst mal von Viktor Frankenstein erzählt. Ja, gut, dass du das sagst, weil ich meine, das greift jetzt sehr vor, aber am Ende sehen wir das Schiff ja nochmal und da sieht es nicht ganz so gut aus, also von den, ich sag jetzt mal Effekten, wenn man das so nennen möchte, aber das war natürlich eine komplett andere Zeit, ich meine, 1994, so viel CGI gab's da noch nicht, deswegen. Ja, der Film hat auch nächstes Jahr dann sein 30-jähriges Jubiläum. Oh mein Gott, total verdient. Ja und dann sehen wir ja ganz kurz tatsächlich, also seine Kindheit wird ja nicht wirklich umrissen, man sieht halt, dass er Elisabeth als Weise an die Seite gestellt bekommt, dass sie halt als Kinder irgendwie schon sich treffen und das ist ja eigentlich so der einzige Moment, den wir als Kind sehen und dann ist er erwachsen oder was auch, ich weiß nicht ganz genau, welches Alter er da hat, aber so, ja, ich meine, früher war alles anders, da ist man wahrscheinlich mit 16 schon studieren gegangen. Da bist du mit 16 schon in Rente gegangen wahrscheinlich. Ja, also Elisabeth ist ja dann seine Stiefschwester so, ne, also in dem Dreh. Ja, nennen wir es, nennen wir, von mir aus nennen wir es Stiefschwester, ich fände, ist ja keine Blutverbindung dazwischen. Ja, klar. Alles legal, was hier passiert. Genau, darum geht's nämlich, aber ich meine, es ist halt auch nicht wirklich Stief, weil sie gehört ja keinem der beiden Elternteile, sondern sie ist ja, ihre Eltern sind ja tot und die nehmen sie halt auf in die Familie, weil sie reich sind und das machen kann. Das ist ja quasi eine Adoption, also sie ist die, ja, wie nennt man das, wie ist das dann die, ich glaube dafür gibt's keinen Begriff, Adoptivschwester oder? Ja, wahrscheinlich. Also die Adoptivschwester Elisabeth, die später dann von Helena Bonham Carter gespielt wird. So gut. Mega, also ich, das ist schon mal ein Pluspunkt, als ich das gesehen habe, weil ich finde, sie passt einfach in dieses, wenn du so Filme in diesem, in diesem Jahreskosmos, so 18. 19. Jahrhundert machst, gerade in den 90ern, da musstest du eigentlich Helena Bonham Carter dazu holen, auch wenn du nicht Tim Burton bist, aber sie passt einfach so gut da rein, sie passt super in diese Kostüme und ich weiß nicht, sie ist, sie ist, sie ist gemacht für solche Rollen in diesem, in dieser Epoche, ich mag das. Ich will jetzt niemanden diesen Film vermiesen, aber leider ist diese Rolle übrigens der Grund, warum sich Kenneth Branagh dann von seiner damaligen Frau getrennt hat, weil die beiden nämlich eine Affäre hatten. Aber hey, es ist lange her, 30 Jahre, das ist halt so, aber ich wollte nur sagen, sie hatten nicht nur in dem Film was. War sie da schon mit Tim Burton verheiratet? Ich glaube nicht, weil die waren, nee, ich glaube nicht. Naja, good for her, good for him. Ich meine, er hatte damals ein krasses Sixpack, deswegen, go for it, Helena. What the fuck? Ja, entschuldige mal, er läuft später rum, die ganze Zeit ohne T-Shirt, so sehe ich Kenneth Branagh nicht, aber als ich ihn da gesehen habe, dachte ich nur so, ah, da hätte er auch Thor spielen können. Ich fand auch, also es gibt später so eine Szene, ohne, also so ein bisschen, einfach nur, weil wir gerade beim Oberkörper frei sind, wo er sich so in so Öl oder so, da dachte ich auch schon so, das hat so einen sehr homoerotischen Unterton, was hier gerade auf dem Bild passiert. Wenn er da mit so einem Mann halbnackt so im Schlamm wrestelt, dachte ich auch so, Mensch. War das jetzt Absicht, oder soll das, also was bedeutet das? Ist das ein Subtext, der da existiert oder nicht? Naja, wir springen. Wir sehen dann auf jeden Fall, dass die beiden dann erwachsen sind oder Frankenstein ist erwachsen und seine Mutter ist tatsächlich schon wieder, oder schon wieder, seine Mutter ist schwanger und ist halt immer so, du solltest nicht so viel lernen und so, genieß dein Leben, bla, bla, bla. Und dann kommt es zur Entbindung des Kinds, das passiert alles sehr schnell und leider läuft das nicht so glatt und dann muss sich sozusagen der Vater entscheiden, ob er die Mutter oder das Baby rettet und die Mutter sagt natürlich ganz selbstlos, rette das Kind. Naja, ich meine, also wenn, wenn die Mutter das jetzt, also wenn die Mutter sagt, rette das Kind und nicht mich und der Vater entscheidet sich dazu, aber die Mutter zu retten, dann ist die Ehe danach ja vielleicht auch nicht mehr so schön. Also, ja, man könnte halt noch ein neues Kind machen, weil das kannte man ja nicht, aber man kann nicht nochmal die gleiche Mutter machen, weil die, ja, oh Gott, Entschuldigung. also wenn ich mal irgendwie aus Versehen ein Kind auf der Straße überfahre, sage ich der Mutter, ach komm, ich mache dir ein neues, ist doch nicht so schlimm, kann man noch neu machen, gute Logik. Du, du, du solltest dich mit Viktor mal ein bisschen unterhalten. komm, du weißt, was ich meine. Nee, also ich möchte mich hier ganz kraft distanzieren. Ich habe nicht, ich habe nicht gesagt, töte das Kind, aber letztendlich ist das Kind noch nicht geboren und was ist, wenn du das Kind rettest und es wird voll das Arschloch oder der Serienkiller. Wuhu, Gott sei Dank haben wir das Kind gerettet. Und was ist, wenn das Kind stirbt und dass die Mutter psychisch so bricht, dass sie zum Serienkiller wird? Ja, es ist natürlich nicht einfach, aber sie hat ja schon einen Sohn und eine Zugtochter. Warum hat überhaupt der Mann das Recht, darüber zu entscheiden, wenn die Frau sich doch schon entschieden hat, ich möchte mich für mein Kind opfern? Warum hat der Mann da das letzte Wort? Typisch 18. Jahrhundert. Nein, entschuldige mal, also er hätte natürlich das letzte Wort, weil er in dem Moment der Arzt ist. Wenn es ein weiblicher Arzt wäre, wäre es eine Frau, die das entscheiden könnte, aber ich meine, man muss ja auch manchmal so ein bisschen, ist es überhaupt sinnvoll, das Kind zu retten oder hat es überhaupt gar keine Überlebenschancen? Aber reden wir bitte nicht mehr darüber, ob wir Mutter oder Kind töten. Das ist irgendwie abgedriftet in komische Welten. Wir werden gecancelt für diesen Podcast. Das tut mir leid. Genau, aber was ich dann, weil man sieht ja dann so, ihr Zuhause sieht man ja oft in dieser Eingangshalle und die zum Beispiel fand ich so super cool. Diese unglaublich lange Treppe, die sie ja anscheinend tatsächlich gebaut haben, das war ja wirklich kein CGI, weil sie da ja die ganze Zeit hoch und runter rennen und auch kein kleines Modell oder so. Das fand ich ziemlich cool, auch wenn es so ein bisschen gemalt aussah, interessanterweise. Es sah das so aus, als hätten sie es angemalt. Aber irgendwie hat mich das nicht gestört. Das fand ich eigentlich ganz cool. Ja, alles ist besser als CGI. Ich kenne das ja noch. Ich bin ja großer Fan von so alten Doctor Who-Folgen. Da malen sie dann auch immer so einen halben Gang als Bild und eine Hälfte bauen sie wirklich und du siehst, dass es nicht echt ist, aber ich finde das charmant. Das hat so noch so, wir haben uns hier was gebaut und schön. Also fand ich jetzt nicht schlimm. Fand ich ganz süß, aber ob das jetzt irgendwie gemalt ist oder nicht, habe ich tatsächlich gar nicht darauf geachtet. Ich fand es nur bei dem interessant, weil also letztendlich alle anderen Sets sehen halt relativ normal aus, weil sie halt, sind relativ groß manchmal und so, sein Labor oder was auch immer. Aber das sah halt wirklich, weil die Treppe ist ja auch so groß, die passt gar nicht in ein normales Haus. Ich weiß nicht, wie viele Stockwerke die überspringt. Das geht sozusagen vom Erdgeschoss in den dritten Stock, weil die so immens groß ist und das ist mir einfach so aufgefallen, dass sie so cool ist. Ich hätte sie gern zu Hause, auch wenn ich sie nicht benutzen könnte. Na, deine Wohnung ist ja groß genug dafür. Ja, schön wär's. Das wär super. Naja, aber die Mutter ist dann tot, das Kind ist gerettet, ein weiterer Junge und wegen dem Tod seiner Mutter hat er sozusagen den Plan gefasst, weil er will ja Medizin studieren, dass er den Tod auf der Welt ausrotten möchte. Scheißtod, ja. Er schwört auf das Grab seiner Mutter, er wird einen Weg finden, den Tod zu besiegen und finde ich, also ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht irgendwo so verrückte Ärzte gibt, die diese Ambitionen wirklich haben. Also es ist eigentlich immer ein Wunder, dass sowas gar nicht irgendwie häufiger so Psychoärzte, die irgendwie da rum experimentieren. Es ist so, ich weiß nicht, also wenn du an Größenwahn leidest und Arzt bist und das irgendwie so falsch Hand in Hand geht, finde ich das gar nicht so abwegig, dass man sich da so sagt, ich finde jetzt einen Weg, den Tod zu besiegen. Natürlich auf eine sehr, sehr komische Art und Weise, wie er es macht, aber ich fand das gar nicht so. Ich hab mir gedacht so, hm, gerade zu der Zeit war das ja auch normal, dass sie an so Menschen rum experimentieren konnten, so wie sie wollten und da gab es ja nicht so viele strenge Gesetze. Ja, man muss ja, also ich meine, Mary Shelley hat das ja vor einer Million Jahren geschrieben, dieses Buch und da gab es ja auch noch, weil das ist ja das, er experimentiert ja dann so mit Strom und so und baut einen Blitzableiter, wo er mit seinen Freunden auf so einen Berg geht und dann weiß er, dass da ein Gewitter kommt und dann steckt er dieses Ding in den Boden und dann halten die sich so an den Händen und dann sind die danach, dann schlägt da so ein Blitz ein und dann sind die danach so ein bisschen elektrisiert. Und das ist halt was, was die sich damals noch so hätten vorstellen können, weil sie es nicht besser wussten. Und in der Hinsicht finde ich das für die Zeit irgendwie vollkommen normal zu denken, dieses komische Element Blitzstrom, das ich noch nicht wirklich kenne, noch nicht so weit verbreitet ist, vielleicht kann es wirklich dazu führen, dass wir tote Menschen wieder erwecken. Ich meine letztendlich, man macht es ja heutzutage nicht anders, man gibt jemandem Stromstoß, um sein Herz wieder zu beleben, wenn es stehen bleibt. Deswegen, so absurd ist es nicht. Ich glaube tatsächlich, dass der Stromstoß, also bei einem Defibrillator, dass der dazu da ist, um das Herz zu Stillzustand zu bringen, auf ein Reset zu bringen, damit du dann CPR geben kannst. Ich glaube, dass der Strom an sich da gar nicht so eine große, ich glaube, das ist nämlich eine Kritik, die alle Ärzte immer haben, wenn die in so Ärztserien immer so zusammenreiten und dann auf die Brust drücken, dann lebt er wieder, dass die alle sagen, das geht in echt gar nicht so. Ich glaube, das ist tatsächlich dazu da, um das zu resetten oder so. Aber wie gesagt, ich habe keine Medizin studiert, ich habe mein Studium in was anderem abgebrochen, ich habe keine Ahnung, wovon ich rede. Aber ich glaube, ich habe mein Studium auch in Psychologie abgebrochen. Deswegen kann ich es ja nicht sagen. Aber vielleicht hört ja jemand zu und weiß, ist Arzt oder vielleicht Rettungssanitäter und kann uns bei dieser Frage helfen, weil ich finde das sehr interessant, was du da gerade sagst. Ich dachte wirklich, dass es halt einfach darum geht, das ist halt wieder, das ist sozusagen der erste Pump. Aber okay, keine Ahnung. Weird. Vielleicht labern wir auch einfach nur Scheiße die ganze Folge über. Oh nein. Ich fand das übrigens auch sehr interessant, also, dass sie dann halt in Genf sind und er in Ingolstadt studieren will. Und ich so, boah, das sind alles Namen, die ich kenne. Wow. Das ist halt very nah zu Hause. Ich weiß gar nicht, wo Mary Shelley gewohnt hat, aber sie hat es ja 1818 geschrieben, ja, also, ja, ich glaube vor 200 Jahren, ich habe, als ich den heute halt gesehen habe, dachte ich mir ganz oft, ja, das macht eigentlich alles gar keinen Sinn, was die da machen und das ist auch super unrealistisch, aber vielleicht hat sich so eine Mary Shelley vor 200 Jahren in London, wo sie gelebt hat, das gedacht, dass das so funktionieren könnte. Aber ich meine, wenn du logisch drüber nachdenkst, irgendwelche Teile und Organe zusammenzulegen von verschiedenen, wie du schon in der letzten Folge gesagt hast, wenn man jemandem Blut gibt von verschiedenen Blutgruppen, was dann passieren könnte, so, also, wenn man das heute betrachtet, macht das alles, was sie da experimentieren an dieser Uni und diese Forschung, die sie da betreiben, eigentlich keinen Sinn, aber. Ja, aber man hat ja damals auch gedacht, dass man Leuten Blutegel auf die Haut legt, damit sie das infizierte Blut aussaugen und dass sie dadurch dann gesund werden, indem man ihnen Blutegel auflegt, also, also zu Ader lassen war ja tatsächlich eine, was man gemacht hat, dass man sozusagen Leute aufgeschnitten hat, um ihnen das Blut zu entnehmen, das halt infiziert ist. Also, es ist wirklich nicht so absurd, dass Mary Shelley, die übrigens in England gelebt hat, also dementsprechend nicht so weit weg von dem Festland in Europa, ja, kann es sein, dass, ja, ich meine, es gab damals wahrscheinlich auch keine anatomisch korrekten Bilder von Menschen mit, wo ihre Organe sind und dass das alles irgendwie mit, deswegen, das ist schon, sie hatte da, finde ich, eine sehr, wie soll ich sagen, fantasievolle Idee. Ja klar, wenn du es auf dem Kontext siehst, vor zweieinhalb Jahren, nur heute ist es halt schwer, dann das zu gucken und sich zu denken, ja, das macht gar keinen Sinn, aber ich akzeptiere es jetzt, weil die Story so alt ist, das ist halt immer, es gibt noch keine modernisierte, glaubst du eigentlich, dass sie damals das einfach mal so probiert haben, so, oh Mensch, wir haben hier einen Soldat, dem fehlt der Arm und da ist jemand, der hat nur noch einen Arm, was passiert, wenn wir den da dran, glaubst du, das haben die mal probiert, also irgendwer muss ja, also, müssen die ja schon, also, ich bin froh, dass ich da nicht gelebt habe, jetzt machen wir mal einen Adalas, danach kriegst du noch eine Lobotomie und dann kriegst du den Nachbarsfinger noch angenäht, an deine Stirn, damit du irgendwie, keine Ahnung, deine Brille besser halten kannst, oder so, keine Ahnung, das klingt aber wieder wie eine gute Idee, naja, aber ich meine, bevor er, das ist ja das Weirde, bevor er losgeht nach Ingolstadt, um zu studieren, verlobt er sich ja mit seiner Schwester, also mit Helena Bonham-Garde, seiner Schwester, ihr seht es nicht, aber ich habe Gänsefüßchen in die Luft gemacht, weil sie sind ja nicht Geschwister, nichtsdestotrotz, und das finde ich, ist wirklich der weirdeste Part an dieser Geschichte, die sind halt zusammen aufgewachsen, die waren gleich alt, als sie da hingekommen ist, sie waren beide irgendwie junge Kinder und die sind ihr ganzes Leben zusammen aufgewachsen und am Ende, also und dann kommen sie zusammen, nee, könnte ich nicht, könnte ich einfach nicht. Ja, ich habe auch mal einen Korb bekommen von einem Mädel, weil sie meinte, ich kenne dich schon seit dem Kindergarten, ich kann jetzt nicht mit dir und ich so, oh Mann. Ja, aber die haben halt im gleichen Haus gelebt, die werden den gleichen Lehrer zu Hause gehabt haben, weißt du, die haben halt so viel Zeit miteinander verbracht, das wäre wirklich, und das kann sich ja jetzt jeder vorstellen, als würde man seine Schwester heiraten, es wäre einfach genauso, weil sie sind aufgewachsen wie Schwestern, also wie Geschwister, das Einzige, was sie trennt, ist nicht das gleiche Blut. Ich meine, Albert Einstein hat seine Cousine geheiratet, also, ja, und wo die Ellen seine Adoptivtochter, aber das macht es trotzdem nicht okay. Ja, ich fand es auch weird, vor allem, ich kann mir vorstellen, wenn man nicht so ganz zuhört bei dem Film und dann hört man nur noch My Sister und Mary und dann so, hä? Also, man muss da schon in den ersten Minuten aufpassen, damit man das mitkriegt, dass die keine Blutsverwandten sind. Ja, aber trotzdem. Ich meine, es ist immer noch Helena Bonham Carter in ihren besten Jahren, weiß ich nicht, weiß ich nicht, also, weiß ich nicht. Ja, nee, klar, also, ich habe, ich sage nicht, dass Helena Bonham Carter nicht attraktiv ist und dass er deswegen nicht auf sie stehen kann, aber, wie gesagt, könnt ihr euch vorstellen, mit eurer Schwester zusammenzukommen? Ich nicht. was ist das für eine Folge in den ersten zehn Minuten, sagst du, ja, wenn so ein Kind stirbt, ist ja nicht schlimm, man kann ein neues machen und jetzt fragst du unsere Zuhörer, ob sie ihre Schwester heiraten wollen. Vielleicht gibt es irgendjemand, der ja sagt, stell dir das mal vor. Nein, ja, aber so wäre es ja, ne, also, wir sehen ja, wir sehen ja tatsächlich nicht, wie die beiden zusammen aufwachsen, aber trotzdem müssen wir davon ausgehen, weil sie sich so innig verstehen, dass es doch irgendwie eine, naja, er geht nach Ingolstadt zum Studieren und lässt sie erst mal zurück, aber sie sind ja jetzt verlobt, deswegen sind sie sich versprochen. Und in Ingolstadt lernt er ja dann auch Leute kennen, die so ein bisschen auf seiner Wellenlänge sind, was Menschen retten oder den Tod auslöschen angeht, vor allen Dingen dieser Professor Waldman, der ihn sehr interessiert, weil der eben auch mit Elektrizität und das fand ich hier auch sehr interessant, weil sie so ein bisschen auch so Akupunktur mit reinbringen, weil Professor Waldman redet darüber, dass er in ostasiatischen Ländern sowas mitbekommen hat mit Akupunktur und später bei der Belebung in dem Tank hatte er ja auch so, also keine Nadeln, aber richtige Speerdinger, die er in so bestimmte Stellen des Körpers rammt. Und das fand ich wieder so interessant, dass sie da so eine andere Art reingebracht haben, um das Ganze irgendwie ein bisschen realistischer zu machen, so westliche Medizin, ostasiatische Medizin und wenn man die beiden vereinen würde, könnte man den Tod auslöschen. Genau so, ja. Muss man auch dazu sagen, Dr. Waldman oder Waldman, weil es ist ja in Ingolstadt, er heißt Mann mit einem N, wird ja auch gespielt von John Cleese, den ich in diesem Film wirklich gar nicht erwartet habe. Und auch nicht erkannt habe, auch wenn ich es weiß. Nee, ich habe es dann auch auf Letterboxd, habe ich dann gesehen, so warte mal, das ist John Cleese, hä? Also der, habe ich überhaupt nicht kapiert, wie der da, oder wie sie ihn gefragt haben, so hey, du machst doch so, so lustiges, Hast du mal Lust, bei Frankenstein mit zu spielen? Du bist doch alt. Der wird sicherlich, wie alle anderen Comedy-Legenden, auch irgendwann mal versucht haben, ernste Rollen zu spielen, weil das machen die ja alle. Das hat ja auch, wie heißt der, Jim Carrey. Jim Carrey gemacht. Wie ist der Electrician oder sowas war das, wo der denn, Cable Guy, nee, wie hieß er denn, Design Guy hatte. Ja, genau. Das war aber keine ernste Rolle. War jetzt aber auch nicht der Lustigste. Nee, aber Truman. Ja, ja, okay, nee, aber ich fand, anyway, da können wir mal anders drüber sprechen, weil auch John Cleese spielt diesen Dr. Waldmann, Dr. Waldmann, auch nicht allzu lange. Nee, nee, wir sehen noch so ein bisschen, wie er tatsächlich Experimente macht, also man sieht ja irgendwie mal so eine Affenpfote, die er zum Leben erweckt, indem er da so Strom reinschießt und dann greift er diesen einen Typen an der Kehle und so. Das ist dann ganz witzig. Aber leider ist der liebe Professor Waldmann wohl auch jemand, der gerne den armen Leuten hilft, weil der dann bei so einer, er muss Menschen impfen. und dabei ist halt so einer dabei, der sagt, er möchte das nicht, weil ihm das Suspekt ist, dass er sozusagen von der Regierung geimpft wird und weil er sich so sehr dagegen weigert, sticht er ihn halt mal kurz ab. Ganz normal. Also man muss dazu sagen, hier sind auch die ersten Änderungen. Die Affenhand, die gibt es nicht im Buch und ja, das ist einfach nur. Ich glaube, das ist natürlich so ein bisschen Showmanship. Ja, ja, natürlich. Aber ja, da dachte ich auch, ich habe dir ja auch gleich eine Telegram-Nachricht geschrieben, ich so, boah krass, in Frankenstein sind Impfgegner, weil ich dachte so, wow, das ist, das also, ja, fand ich nur interessant, weil ich kann mir halt auch vorstellen, ich meine, die haben ja gesagt, dass Impfungen noch gar nicht so lange überhaupt erforscht worden sind und das also ein komplett neues Konzept ist und also ich weiß nicht, ob ich mich in so einer Scheune da, wo sie da sitzen, also es ist ja kein Scheune, sondern kein schönes Gebäude so, ich glaube, ich wäre da auch sehr skeptisch gewesen. Ja, das ist ja auch, kann man auch wirklich nicht vergleichen. Ich meine, da gab es keine Zeitung, kein Fernsehen, die Leute wussten nicht, was da passiert. Das kann natürlich sein, vor allen Dingen, der war ja auch ein bisschen gaga. Übrigens, da ist es ja auch schon Robert De Niro, das ist ja Robert De Niro, der den Typen spielt, der ihn umbringt, der ja deswegen dann auch verurteilt wird und gehängt wird, weil er natürlich jemanden umgebracht hat. Damals hat man Leute schneller getötet. Als was? Schneller getötet als heutzutage? Ah ja, die Todesstrafe in Deutschland. Das gab es auch mal. Tatsächlich wurde erst vor ein paar Jahren die Todesstrafe aus den hessischen Gesetzen genommen. Die stand da noch drinnen. Natürlich spielt das das Bundes, also das deutsche Gesetz steht drüber, aber wenn Hessen sich in der Zeit unabhängig gemacht hätte, wäre die Todesstrafe wieder legal. Die haben das tatsächlich vor ein paar Jahren rausgenommen. Also Ingolstadt ist nicht in Hessen, aber nur ein interessanter Side-Fact. Ihr hättet in die Gefahr laufen können in Hessen, wenn die sich independent gemacht hätten. Uh, cool. Warum auch nicht? Todesstrafe? Naja. Ja, Walt, er kann Professor Waltman nicht mehr retten, aber er hat dann eine geniale Idee, weil welches Gehirn könnte sich denn besser dafür eignen, in seine Kreatur eingepflanzt zu werden, als das von Professor Waltman? Wahrscheinlich keins. Ja. Aber warum er sich dann, also ich hab Robert De Niro auch erst gar nicht erkannt. Ich weiß nicht, woran es lag, aber er heißt ja auch nur dann, also in den Credits heißt er Sharp-Faced Man. Ich hab ihn tatsächlich gar nicht erkannt. Ich hab ihn erst erkannt, als er dann da auf dem Tisch lag und zusammengestöpselt wurde. Aber ich mein, für jemanden, der so in der damaligen Zeit lebte, wussten die denn schon, dass so viel im Gehirn gespeichert ist? Oder, also ich weiß gar nicht, wie die Perception halt vor 200 Jahren vom Gehirn war. Waren die sich schon bewusst, dass das so ein Informationszentrum ist? Oder weiß ich tatsächlich gar nicht? Ich bin noch keine 200 Jahre alt, ich kann es dir leider nicht sagen. Ja, aber du bist ja kurz danach geboren worden. Ja, kurz danach, aber da war es dann einfach schon anders. Aber auch interessant, weil das ist auch wieder eine Änderung zum Buch. Im Buch wird nie, glaube ich, gesagt, woher die Leichenteile hat. Also ich kenne das ja auch vorwiegend aus Frankenstein mit Boris Karloff und da ist es auch, dass die halt auf den Friedhof gehen und das alles ausgraben und dann zusammen nähen. Da ist es halt nochmal anders, weil das ist dieser interessante Fakt. Hier fand ich auch, bei der alten Frankenstein-Verfilmung will er eigentlich so ein cooles Gehirn nehmen, also so ein Gut von einem guten Menschen. Das fällt ihm dann, also Igor, dem Helfer von Frankenstein, fällt es dann halt runter und dann muss er so ein Gehirn von so einem Schwerverbrecher nehmen. Also in dem Fall wäre es dann sozusagen das Gehirn von Robert De Niro in dem Film, aber das passiert hier nicht. Das fand ich auch interessant, aber das ist wahrscheinlich komplett nicht wie, also komplett überhaupt nicht im Buch erzählt, welches Gehirn genommen wird. Tatsächlich ist die Verfilmung von 1931 die erste, wo aufgegriffen wird, wo die Leichenteile herkommen. Das war vorher einfach so ein Ding, im Buch hatte er die dann auf einmal und dann waren sie halt da. Damals hat man einfach auch leichter Leichenteile bekommen. Du bist die Straße runtergelaufen, ach guck mal, da liegt einer, den nehme ich mit. Ich meine, wenn du dir den Film anguckst, du siehst ja diese ganzen Massenszenen, wo du dann auch so Leute in der Straße liegen siehst, die halt an Cholera gestorben sind und so. Also ich bin echt froh, dass ich jetzt lebe und eben nicht auf meinem Weg zur Arbeit so fünf, sechs Leichen auf dem Weg irgendwie sehen muss oder so. Also ich bin froh, dass mir dieser Anblick so weit erspart geblieben ist in meinem Leben, dass ich noch nie einen toten Menschen sehen musste. Also in Person. You're jinxing it right now. Ähm, ja. Was ich dann übrigens auch ziemlich cool fand, war, also halt all diese kleinen Details, die sie dann reinbringen, wie er sozusagen, was er alles nutzt, um diese Wiederbelebung herzustellen. Weil, ne, ich hatte ja schon Akupunktur genannt und so, aber halt auch, dass er Zitterahle benutzt, fand ich irgendwie cool. Dass er da so einen riesigen Tank mit Tieren hat, die er dann da so reinschüttet. und, und da weiß ich nicht ganz genau, was er da so ganz genau benutzt. Man sieht ja auch mal, wie er bei so einer Hebamme so ein Gefäß mit irgendeiner Flüssigkeit kauft, die gerade bei einer Frau abgenommen wurde, die eine Geburt hat und so. Also, aber halt, weißt du, so ein bisschen so, ne, so, keine Ahnung. Ich fand es dadurch irgendwie so ein bisschen realistischer, dass sie so viele Komponenten reinbringen, die dazu führen, dass man einen menschlichen Körper wiederbeleben können kann. Ja, also er nimmt sich aus sehr dubiosen Quellen seine Sachen zusammen und baut sich da jetzt nicht unbedingt den perfekten Menschen zusammen. Ich finde auch, also er schafft es ja dann auch, dieses Wesen zum Leben zu erwecken. Dann kommt diese sehr homoerotisch angehauchte Szene, wo dieses Monster so nackt ist und er oben ohne und die rollen so im Öl rum oder dieser Flüssigkeit und beschmieren sich da und er, fand ich schon so ein bisschen, also, hat mich schon dann so, also ich weiß nicht, ob es da einen Subtext gab, ob das irgendwie was bedeuten sollte irgendwie, weil ich weiß es nicht. Ich fand das aber schon, ich fand, es war so ein netter Gegensatz, weil, also die und später gibt es nochmal eine Spoiler, Szene, wenn er sozusagen alleine alles zusammensucht, ne, weil er muss ja, er schiebt dann dieses Ding dahin und diese Kette und dann lässt er ihn hoch und dann muss er da und das ist ja alles sehr dynamisch und halt sehr gut, finde ich, kameratechnisch umgesetzt, wie wir ihm so die ganze Zeit folgen, während er so oben ohne durch dieses heiße Labor läuft und das fand ich halt irgendwie sehr dynamisch und weil er dann auch auf diesem Ding steht und dann guckt er durch das Fenster, dann gehen die Augen auf und dann fällt dieser Tank um und er weiß gar nicht, ob es geklappt hat oder so und dann kommt halt auch dieser, das weißt du jetzt natürlich nicht, weil du den Film nie gesehen hast, dieser ikonische Satz, it's a life. Ja, aber den kennt man auch so. Den kennt man. Ach, plötzlich. Den kennt man. Ich weiß, ich mach auch, ich verarsch dich nur, ich mach nur Spaß, aber trotzdem wird dieser Satz auch eingebaut, ne, und dann gibt's halt sofort danach diese relativ lange Szene, die so still und ruhig ist, weil er dann halt diesem Typen irgendwie hilft, überhaupt zu stehen, weil er das irgendwie noch nicht hinkriegt, weil er gerade eben erst, in Anführungsstrichen, wiedergeboren wurde und deswegen fand ich das eigentlich ganz cool, weil es davor so dynamisch ist und dann halt so, ja. Ja, es war eine gute Szene, also ich fand ja auch gut, natürlich muss man hier auch wieder sagen, das Monster von Frankenstein sieht hier anders aus als in der Buchvorlage, in der Buchvorlage hat er so sehr sichtbare Adern und schwarzes Haar und wird als sehr irgendwie so mit Gelbsucht oder so beschrieben, dass das Fleisch total gelb ist und hier hast du halt Robert De Niro mit ein paar Narben und einer Glatze, so, also. Vor allen Dingen, die Narben heilen ja auch ein bisschen im Laufe des Films bis zum Ende hin, deswegen fand ich das eigentlich auch, es ist halt nicht so ganz verständlich, warum er so viele Narben im Gesicht hat, weil das, also, ich hab jetzt nicht das Gefühl gehabt, als hätte er da verschiedene, also er hat verschiedene Teile des Gesichts zusammengenäht, weil er hat ja auch unterschiedliche Augen genommen, aber es ist halt trotzdem immer noch irgendwie Robert De Niro und ich verstehe nicht, warum er die eine Seite von dem Gesicht und die andere Seite von dem Gesicht nehmen musste, das hatte für mich so ein bisschen den, ja, keine Ahnung. Ja, vielleicht musste er irgendwas aufmachen, um ans Gehirn zu kommen oder so, ich weiß es nicht. Und dann hat er ein anderes Gesicht daneben genäht. Vielleicht war das aber auch schon angefangen zu verwesen oder die Hunde haben es gefressen oder da war Cholera auf der Haare. Ich find's tatsächlich noch absurder später, aber da komm ich dann nochmal dazu, wenn wir an der Stelle des Films angekommen sind. Ich find ab dem Punkt, weil Viktor Frankenstein merkt ja dann, dass er seine Kreatur so grässlich findet und deshalb will er sie dann wieder töten, hat er sie die ganze Zeit, während er sie zusammengebaut hat, nicht mal angeguckt, dass er die jetzt so grässlich und abscheulich findet, so, du hast die doch zusammengenäht, du weißt doch, wie das aussieht. Hä? Ich glaube, es ist tatsächlich eher, dass es funktioniert hat. Also, er hat halt vorher einfach diesen Körper gehabt, der da lag, und gehofft, dass es geklappt hat. Und jetzt steht er halt da und ist halt auch so ein bisschen needy. Also, er ist halt so, Hilfe. Und ich weiß auch nicht, ich glaube, das ist, ja, ist halt, ich fand's auch, ich mein, er hat ja wirklich immediate regrets. Also, ist so, ah, das ist mein Monster. Oh, fuck, nee, danke. Das ist echt weird. Aber ja. Naja, ich mein, ja, vielleicht hat er auch ein bisschen Angst, weil, ja. Vielleicht hat er sich ja auch erhofft, dass das Ding dann, den Intellekt, das Dr. Waldwald, weil wie auch immer, Woodman hat, und dann hat er gemerkt, das ist so eine Kreatur, die nicht mal sprechen kann. Es ist eine Perversion des Lebens und vielleicht kam da der Regret, aber am Aussehen kann's ja nicht gelegen haben. Finde ich übrigens auch sehr gemein, dass das Monster immer wegen seines Aussehens so gemobbt wird und dass die Leute so direkt auf 100 gehen. So, da sterben die Leute an Cholera. Ich weiß nicht, wie Leute aussehen, die an Cholera sterben, aber dass die dann so gemein immer sind, ist schon echt fies. Aber darum geht's ja. Ich mein, diese ganze Stadt ist ja unter Quarantäne, weil es diese Cholera-Epidemie gibt, hat wohl nicht so funktioniert mit dem Impfen und als er dann danach auf dem Markt ist, weil er natürlich flüchtet aus diesem Labor, weil Viktor sich einsperrt und wenn du dann halt jemanden siehst, der komplett irgendwie entstellt aussieht und du nicht weißt, wie sich Cholera vielleicht tatsächlich auswirkt, weil du eigentlich noch nie einen Cholera-Toten sehen konntest, weil dann bist du ja selbst wahrscheinlich mit Cholera infiziert, ist es schon irgendwie verständlich, dann zu sagen, äh, das ist der Typ, weswegen hier alle sterben. Also Leute finden gerne einen Grund, der einfach ist, anstatt den komplizierten Grund wahrzunehmen. Das ist ein sehr weiser Satz, den du hier gesagt hast. Ich mein, er hat ja auch diesen Code, diesen Umhang dann da, diesen, wie heißt denn das auf Deutsch? Ich weiß nicht, was ist Code auf Deutsch? Mantel? Mantel, danke. Oh, das ist so schwer, manchmal Deutsch zu sprechen, aber er hat ja dann diesen Mantel an, den hat er ja dann auch den ganzen Film über an, diesen braunen Mantel irgendwie, der sieht ja auch schon, der sieht ja auch schon so ein bisschen ominös aus, ne, also, ja, schon, ja, ist die Frage, warum Viktor Frankenstein überhaupt diesen Mantel bei sich rumhängen hatte, weil ich glaube nicht, dass der ihm passt. Da wächst er vielleicht noch rein. Aber dann kommt tatsächlich eine coole Szene, weil das Monster versucht ja dann Essen zu klauen und dann geht das Dorf so auf ihn los und dann fängt er an, so die Stadtwache durch die Gegend zu schleudern und prügelt die Leute und nimmt die am Hals und wirft sie auf den Boden und ich fand das einfach cool, weil man da halt gesehen hat, dass das Monster halt so eine übermenschliche Stärke hat und so eine Pferdekutsche umwirft und sich da prügelt. Das fand ich ganz, ganz nett zu sehen, dass es halt nicht nur einfach einen Haufen Leichenteile aneinanderhängt, sondern dass da Kraft dahinter steckt, dass es wirklich ein Monster ist, was auch gefährlich werden kann. Macht aber auch nicht wirklich Sinn, dass es ganz normale Menschenteile sind und er mehr Kraft hat als... Aber ist ja in jedem Film so. Also Frankenstein ist ja immer ein bisschen kräftiger. Das ist wahrscheinlich die Extraelektrizität, die er am Anfang seines Lebens bekommt. Das ist die Flüssigkeit, die er von der Mutter gestohlen hat. Ja, genau. Ich meine, wenn du dir so einen Menschen zusammenbauen kannst, da würdest du auch mal ein bisschen so Muckis mit rein spritzen oder so. Steroide? Weiß ich ja nicht, aber ich fand die Szene an sich einfach cool zu sehen, wie so ein sehr vernarbter Robert De Niro da sich mit der Stadtwache auseinander prügelt und dann so am Kämpfen ist. Das hat das Ganze noch ein bisschen aufgelockert dann, weil es ist halt ein Film aus so einer Zeit, wo die sehr viel reden und dann so fand einfach so, den jetzt so ein bisschen Action zu sehen und dann dachte ich mir so, okay, der kommt so langsam zu Kräften. Wie weit wird das noch gehen? Weil am Anfang, wenn er gegen Viktor Frankenstein kämpft, ist er ja noch so sehr schwach und auch so gerade erst weiß noch gar nicht, was hier los ist und so und dann kann er aber jetzt so richtig auf die Leute draufhauen und so und vorher fliehen muss. Ja, aber er schafft es ja dann Gott sei Dank aus dem Dorf heraus und wandert dann durch die Gegend und landet dann bei einer Familie, die im Wald lebt. Zwei Eltern, zwei Kinder und ein alter blinder Opa, wo er dann seinen Unterschlupf sucht, indem er sich in dem Stall oder in der Scheune bei denen versteckt, die irgendwie zwei Meter groß ist und trotzdem entdeckt ihn nie jemand. Das fand ich sehr witzig bei diesen Szenen, weil er macht ja dann sehr viele gute Sachen für die, weil der Boden, den sie bearbeiten müssen, der ist sehr hart und sie kommen an ihre Ernte nicht ran und er reißt es halt einfach raus, weil er so stark ist und dann ist am nächsten Morgen einfach so die ganze Ernte vor ihrem Haus und sie gucken sich das an und du siehst halt im Hintergrund, wie er so in diesem Fenster der Scheune sitzt und sich nicht mal groß versteckt, sondern einfach nur sein Gesicht zeigt. Ich denke mir so, come on, dieser Riesentyp, der super starke Riesentyp, versteckt sich da hinten in der Scheune und nie sieht ihn einer von euch. Okay, Leute. Was hast du zu sagen, weil ich hier der Buchexperte bin, im Buch ist die Familie nur bestehend aus Vater und zwei Kindern. Die sind deutlich kleiner. Das schafft das vielleicht, sich noch zu verstecken, aber bei fünf Personen ist es schon schwierig und da wird ja dann auch so ein bisschen, da wird so ein bisschen gezeigt, dass Frankensteins Monster eigentlich eine gute Seele hat und der schon fähig zum Guten ist und die Kritik dann eben auch so ein bisschen klarer wird, dass die Gesellschaft durch die negativen Einflüsse auch das Gute in einem Menschen zerstören kann und so ein Kram halt, ne? Ja, ja, das ist schon, ich habe damit auch gar kein Problem. Ich meine, man merkt ja auch, das ist, finde ich, im 30er Jahre Frankenstein vielleicht nicht so krass, dass der wirklich eigentlich noch so eine Art Baby ist und irgendwie sehr, sehr nett und freundlich, wenn ihm nett und freundlich begegnet wird, ne? Weil ich meine, er trifft ja auch den blinden Opa dann tatsächlich irgendwie mal so ein bisschen im Wald und die reden so und weil er das nicht sieht oder beziehungsweise er fasst ihn ja auch an, ist er ja auch irgendwie nett zu ihm und, aber die Familie ist dann halt scheiße zu ihm, wenn sie ihn dann entdeckt, weil sie halt nur seine entstellte Gestalt sehen und das ist natürlich schade, aber da lernt man auch so ein bisschen, ich meine, er lernt ja währenddessen durch das Tagebuch, das er in dem Mantel mit hat von Victor, lesen, weil er sich sozusagen, das erklärt er ja später so ein bisschen, dass alles, was er früher konnte, er dann auch irgendwie wieder zurückerlangt, diese Fähigkeiten wie Flöte spielen oder eben lesen oder so, weil das alles noch irgendwo in ihm gespeichert ist. Das ist ja eigentlich auch ein ganz netter Aspekt in dem ganzen Film. Ja, aber wie du schon sagtest, vielleicht denken sie ja, der Mann hat Cholera und verjagen ihn deshalb. Nee, aber ja, das ist halt wieder so ein Moment, wo halt gesagt wird, oh, der ist voll gut, aber die Leute akzeptieren seine Guthet nicht, weil sie ihn anhand seines Aussehens beurteilen. Never judge a book by its cover. Man darf das niemals machen und das ist eigentlich die ganze Moral hinter dieser Geschichte, dass du, okay, eigentlich nicht, aber in dem Kontext, ich meine, man kann auch so ein bisschen Moral und Kontext in dem sehen, was Victor Frankenstein da macht irgendwie mit Loslassen, Verlust, Akzeptanz und Grenzen. Aber so, seine Story ist ja, man muss sich auf Dinge einlassen und sie eben nicht nach dem Aussehen bewerten, sonst gäbe es diesen Podcast ja auch nicht, weil Don't judge a book by its cover. Das habe ich gerade eben gesagt. Aber ich habe dich auch gerade so tilhässlich genannt. Nee, ja, was ich lustig fand war, dass die Familie innerhalb von zwei Sekunden dieses Haus verlassen kann, weil die entdecken ihn ja dann und scheuchen ihn weg und sagen, wir müssen jetzt los und dann kommt er irgendwie so fünf Minuten später wieder zurück und dann ist die Familie schon weg. Das fand ich sehr witzig, aber naja, währenddessen hat sich übrigens Victor wieder mit Elisabeth vereint, weil er bereut hat, dass er überhaupt dieses Experiment gemacht hat und er geht jetzt wieder zurück und das Monster liest in dem Tagebuch, es kommt endlich zum Ende und liest, er ist ein failed experiment, also er ist ein gescheitertes Experiment und dann beschließt er sich zu rächen und macht sich auf den Weg nach Genf, wo Victor eben jetzt gerade wieder mit Elisabeth zusammen lebt. Muss man auch dazu sagen, Elisabeth besucht ihn ja einmal in Ingolstadt, das macht sie im Buch nicht. Ah ja, okay. Sie besucht ihn dann nicht. Ja, das ist auch glaube ich diese ganze, diese Geschichte, diese Nebengeschichte mit diesem besten Kumpel, den er beim Studium findet, die gibt es wahrscheinlich auch nicht, Doch, aber im Buch sind die Kindheitsfreunde und er will dann Philosophie studieren, er studiert gar nicht Medizin und diesen Kram, sondern er will Philosoph werden und die kennen sich aber schon seit Kindestagen im Buch, also da ist das auch nochmal eine andere Dynamik. Ich denke, die Szenen, die mit Elisabeth da mit reingebaut werden, sind vielleicht, um nochmal eine Betonung auf diese Liebe zu wirken, dass wir halt ein bisschen davon wegkommen, das sind ja so irgendwie kind of Geschwister ohne Blut, dass da irgendwas dahinter steckt und dass er, was für ein Typ er ist, weil er ihr ja auch irgendwie so ein bisschen verspricht, er macht diese Experimente nicht mehr und dann, okay, also weil dieser Typ, lustigerweise, also der beste Freund ist der Darsteller, der in Amadeus Mozart gespielt hat, habe ich vor kurzem tatsächlich mal wieder geguckt, weil ich mich erinnert habe, dass es diesen Film gibt, deswegen kannte ich dieses Gesicht so extrem gut und habe mich gefragt, ob das da auch vorkommt, weil ja, Amadeus kann man gucken, muss man nicht, er hat glaube ich damals einen Oscar für den besten Film gewonnen, ist aber auch nicht so wichtig. Ja, Frankenstein hat keinen Oscar gewonnen. Nee, der hat glaube ich gar nichts gewonnen. Das ist aber auch gemein, dem Film gegenüber. Ich, wie gesagt, jetzt wo ich ihn wieder gesehen habe, fand ich den wirklich gut gemacht und auch schön anzusehen, aber irgendwie ist der damals nicht so gut angekommen. Ich hoffe, durch diese Folge gucken ihn jetzt ein paar Leute und sagen uns, ob sie ihn gut fanden oder nicht. Ich meine, das ist ja bei vielen Sachen so, ich meine, Scarface mit Al Pacino, der wurde ja anfangs auch komplett zerrissen und wurde dann zu so einem Kult-Classic-Film, so dass er halt mittlerweile, die Leute, die den gucken, finden den gut und damals kam der halt nicht gut an und es gab es ja schon öfter, dass Filme erst mit der Zeit irgendwie, so wie bei Twin Peaks Firewalk with Me, dafür wurde David Lynch ja damals auf dem Festival ausgebucht und mittlerweile, der hat 4,6 Sterne auf Letterboxd oder so, also das erschwingt sich. Aber wo, wo, wo ist jetzt, wo Frankenstein, seit wann ist der jetzt ein Kult-Klassik geworden? Seit 2023. okay, da wird jetzt, ah, da wird jetzt ein Kult-Klassik. Cool. Wir sind Influencer, wir sind da schon ganz am Anfang dabei gewesen. Also geht bitte jetzt alle auf Letterboxd, sucht Mary Shelley's Frankenstein von Kenneth Branagh und gebt ihm 5 Sterne, damit wir das so ein bisschen hochboosten. Wir wurden dafür nicht bezahlt von wer auch immer diesen Film produziert hat. Kenneth kann uns gerne bezahlen dafür. Er kann, wenn er möchte. Der hat genug Walt Disney Geld. Walt Disney Geld. Ja, also wir haben ja jetzt geklärt, dass Victor wieder zurück ist bei seiner Frau, nicht Frau, sie sind noch nicht verheiratet, aber bei seiner Schwester, bei seiner Adoptivschwester. Und das Monster ist auch mittlerweile in Genf angekommen. Genau, weil es trifft dort im Wald nämlich auf den Bruder William, der so eigentlich keine große Rolle in diesem Film bis dahin gespielt hat, außer dass er geboren wurde und das Komplikationen gab und dann taucht er da nochmal auf. Und wir wissen aber auch, dass Elizabeth William sehr gerne hat. Also das wurde auch schon etabliert. Alle lieben William. Alle. Ja. Ist ja auch klar. Ich meine, es ist das kleine Kind, dass alle, es ist logisch, dass alle den lieben. Und der verschwindet jetzt halt dummerweise und alle machen sich auf die Suche nach ihm. Dummerweise macht sich auch Justine auf die Suche nach ihm. Das hätte sie mal nicht machen sollen. Nee, das war wirklich nicht gut. Weil ich glaube, Frankenstein glaubt zu diesem Zeitpunkt ja noch, dass das Monster tot ist. Er ist doch, glaube ich, in dem Glauben, Er hofft es. Er weiß es ja nicht, aber er hofft, dass dadurch, dass er abgehauen ist und die Cholera in dieser Stadt wütete, dass es gestorben ist, ja. Deshalb kommt es ihm auch komisch vor, als dann eben herauskommt, dass William nicht mehr am Leben ist und Justine dafür verantwortlich gemacht wird, dass sie das Kind umgebracht hätte. Aber er denkt sich gleich so, hm. Ja, weil sie, die finden doch auch dieses Amulett bei ihr. Ja, also sie hat sich da alle Karten verschossen. Sie hätte, war kein guter Tag, um arbeiten zu gehen. Und auch wieder so ein super guter Punkt, wie man sieht, dass es damals ein bisschen leichter war, jemanden umzubringen, weil es ja einfach nur so, die sind alle so, äh, du hast ein Kind umgebracht, wir sind davon überzeugt, wir nehmen dich jetzt mit auf dieses, auf dieses riesige Gebäude, wo unser Galgen steht und werfen dich dann. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Szene, aber es ist halt auch tragisch, weil sie dann von dem Mob aufgegriffen wird und zum Galgen gebracht wird, der auf so einem riesigen Gebäude steht und dann schmeißen sie sie da runter und sie fliegt irgendwie so 50 Meter in die Tiefe, bevor das Seil, ähm, ja, an ihrem Kopf zieht und dementsprechend, ähm, sehen das alle, weil sie auf dem Weg dorthin sind, aber sie können leider nicht verhindern, dass Justine gelüncht wird. Ja, noch ein Funfact nebenbei, die Todesstrafe wurde erst am 1. Juli 1950 verboten dort, also, mir hätte auch nichts gebracht, noch ein paar Tage zu warten. Das ist also echt, ich finde das immer so krass, wenn man so zurückdenkt, so Frankenstein, äh, wenn das im Jahr 1794 gespielt hat, da kaufe ich das ja noch ab, weil das Leute in den 50ern noch die Todesstrafe hier in der Nähe bekommen haben, krass, finde ich immer krass diesen Gedanken, das ist dann schon gar nicht mehr so weit weg. Es gibt ja immer noch Länder mit der Todesstrafe, dementsprechend, ja, und in anderen Ländern hat man auch ein bisschen länger noch gelüncht. Ja, aber, ähm, letztendlich, äh, wird, äh, Viktor der Tatsache gewiss, dass es das Monster gibt, weil er ihn natürlich trifft, und, ähm, er dementsprechend auch sagt, hey, du hast sozusagen mein Leben ruiniert, indem du mich erschaffen hast, du kannst es mir jetzt bitte mal eine Lebensgefährtin machen, weil dann habe ich wenigstens jemanden, mit dem ich mich irgendwo niederlassen kann, in, im Nirgendwo und wo wir zusammen leben können. Das ist eigentlich auch etwas, das, ich kann auch zu meinen Eltern gehen und sagen, Mensch, ihr schuldet mir jetzt was, weil ihr habt mein Leben ruiniert, indem ihr mich hierher gebracht habt. Ja, ist nicht ganz so, aber schon, ja, klar, gab es nicht mal vor nicht allzu langer Zeit so eine Tochter, die ihre Eltern verklagt hat, weil, ähm, sie eben geboren wurde, weil sie sie geboren haben. Niemand hat danach gefragt. Ja, genau, richtig. Ich glaube, ich muss, ich such das, ich google mal, oder ihr könnt gerne auch googeln. Ich glaube, das ist gar nicht so lange her, dass wirklich jemand seine Eltern verklagt hat, weil er sagt, ihr habt mich in diese scheiß Welt geboren, vielen Dank. Ja, also finde ich, nur mal so nebenbei, ähm, fand ich dann auch, er hat, er fragt ja explizit nach einem weiblichen Companion, dann frage ich mich, hat er in dieser Zeit auf der Farm entdeckt, also, er kann sich ja noch an Sachen, so wie Flöte spielen, und in der Hinsicht hat er sich wahrscheinlich auch daran erinnert, dass, äh, Frauen, ähm, gute Partner abgeben. Hat Frankenstein ihm dann auch Geschlechtsteile so ausgesucht? Meinst du, er hat sie extra abgeschnitten vorher? Na, hat er ihm dann ein Augenblick so ausgesucht? Und, ich glaube ja tatsächlich, dass der Körper größtenteils von der gleichen Person ist. Irgendwie scheint mir das nur, so bei extrem, wie nennt man das, Extremitäten, ja, Extremitäten, ähm, das Problem zu sein. Ich glaube nicht, dass er da groß rumgeschnippelt hat am restlichen Körper. Ja, ich finde es noch interessant, dass er explizit nach einer Frau fragt, weil er ja dann, wäre ja eigentlich egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist, wenn er nicht irgendwie jemanden möchte, um, aber naja, er sagt ihm ja auch, wenn du mir eine Frau machst, dann, alles cool, lass ich dich in Ruhe, dann sind wir best friends, best buddies. Hätte er ihm auch sagen können, bevor er William umbringt. So, hey, das ist meine, so, machst du das? Ich finde, das ist schon so ein bisschen so dieses, ey, guck mal, das ist erst der Anfang, also mach mir jetzt eine Frau oder, das war's. Weil, ich meine letztendlich, er ist sehr, sehr zurückhaltend, dass er das macht. Also, braucht er schon ein bisschen Motivation, der liebe Victor, damit er nochmal, äh, so eine Person herstellt. Ich finde das nicht so absurd, dass er erstmal jemanden umbringt. Aber ja, er nimmt ja als Grundlage dann Justine. Yay. Also, das Monster fordert ja, dass Justine diese Grundlage wird und er sagt ja daraufhin, nee, dann mach ich's nicht. Weil er ist ja dabei, die Sachen zu suchen. Und als das Monster dann aber sagt, ja, ich will aber den Körper da, also, puh, den hätte ich schon gern. Und dann sagt er, nee, das geht mir jetzt zu weit. Die arme Frau, die hat nix getan, die wurde unschuldig zum Tode verurteilt, den Körper kriegst du nicht von mir. Und dadurch bricht er ja dann erst sein Versprechen an das Monster, das er vorher hatte. Und heiratet stattdessen lieber seine Schwester. Sorry, ich kann nicht aufhören, darüber zu reden. Nicht blutverwandt, wenn ihr jemanden vom Moderatoren-Team einer Podcast-Plattform das hört, wir reden hier nicht über Inzug. Ja, also Victor und Elisabeth heiraten und gehen dann auch auf so eine Art Honeymoon, weil, ja, er eben nicht mehr die Partnerin. Und irgendwie denkt er so, ach, ich ignoriere das Monster jetzt, dann geht es schon weg. Wie immer im Leben, wenn man seine Probleme lang genug ignoriert, gehen sie weg. Habe ich gehört. Stattdessen stirbt leider sein Vater. Toll. Was soll man machen? und dann, also dann kommt auch eigentlich eine ziemlich coole Szene, weil ich das nicht erwartet habe, dass der Film eigentlich so brutal ist. Weil so zum Ende hin hat er noch mal so richtige Banger drin. Weil es gibt ja dann diese Hochzeitsnacht, die dann gestört wird durch das Monster. Und Victor lässt dann eben Elisabeth im Schlafzimmer zurück. Und das hat das Monster aber geplant und ist dann in dem Schlafzimmer. Und das ist so cool, wie ihr ihr das Herz rausreißt. Es war so überraschend. Ich habe den Film ja früher mal gesehen, aber daran hatte ich mich nicht erinnert. Und er so, BÄÄM! Herz raus! Das war ziemlich cool. Ja, das war eine wirklich coole Szene. Also davor hast du ja diese sehr lange, intensive Sexszene zwischen den beiden. Es führt ja zu nichts. Also die kommen ja nicht zueinander. Irgendwie ist es nur so ein bisschen Vorspiel. Und es ist alles so ein Oh, alles ist safe und wir lieben uns. Und dann kommt dieses Monster da rein und greift mit einem Griff in die Brust und reißt das Herz so Indiana Jones-mäßig raus. Und war schon echt hart, weil da ist dann halt auch einfach dieses Loch in der Brust und dieses ganze Blut und so und sie ist sofort tot. Und das ist, da wird, dreht der Film dann auch ein bisschen auf. So dann, ja, dann wird es nämlich auch, ja, also wirklich, da finde ich der Film, das Ende ist, das Finale ist definitiv sehenswert. Weil jetzt hat natürlich Viktor Frankenstein eine ganz andere Motivation, noch eine Kreatur zu erschaffen, weil er nimmt dann nämlich, er nimmt dann nämlich Elisabeth und hackt ihr den Kopf ab. Auch wieder eine supergeile Szene und näht ihn halt auf Justines Körper. Wo er vorher noch gesagt hat, nee, für dich mach ich das nicht, aber ich gönn mir den Körper von Justine jetzt schon so. Naja, den von Helena Bonham Carter kann er nicht mehr benutzen, da ist kein Herz mehr drin. Aber warum nimmt er denn nicht das Herz von Justine? Vielleicht, deswegen, vielleicht kann er nicht ganz so krasse Sachen zusammennähen, sondern nur so Extremitäten. Aber auch bei ihr ist ja dann das Ding, sie hat ja dann die Leiche, die ihr zusammengelegt, die hat ja nicht nur die Narben am Hals. Ja, sag ich ja. Sondern sie wurden auch wieder im Gesicht durchgenäht. Das ist der Punkt, den ich vorhin schon angesprochen habe, dass es keinen Sinn macht, dass sie auch eine Narbe im Gesicht hat, weil er wollte ja ihren kompletten Dings. Es kann gut sein, in dem Fall ist es ja so, dass bei der Szene, wo er ihr das Herz rausreißt, schmeißt er sie irgendwie so vom Bett und dann fangen ihre Haare Feuer und dementsprechend brennt ihr Gesicht, glaube ich, auch so ein bisschen. Und vielleicht musste er da noch irgendwas ausbessern wegen den Brandnarben oder so. Interessanterweise, um nochmal auf das Buch zurückzukommen, im Buch macht er das gar nicht. Also im Buch merkt er, dass es unsinnig wäre, sie zurückzuholen, weil er gemerkt hat, was das für ein Prozess bei dem Monster ist, bis das so eine gewisse Intelligenz entwickelt und deshalb macht er das im Buch gar nicht. Ich glaube auch wirklich, dass es hier nur, weil es gibt ja nicht nur Frankenstein, sondern der zweite Teil von Frankenstein, damals in den 30er Jahren, war ja Frankensteins Braut. Und das ist ja auch eine sehr ikonische Person mit ihrem coolen Haaren. Also ich liebe Frankensteins Braut und ich glaube, weil das natürlich damals auch so ein Erfolg war und so eine ikonische Person hervorgebracht hat, haben sie gedacht, weißt du was, wir bauen auch gleich noch Frankensteins Braut als Idee in diesen Film ein, weil bringt mehr Klicks. Jetzt wo du es aber ansprichst, kennst du den Film Re-Animator? Nee, natürlich nicht. Na komm, das ist schon so ein Kult-Ding, das den keiner kennt, aber da hieß der zweite Teil ja auch Bride of the Re-Animator. Das könnte irgendwo auch noch als so eine Frankenstein-Story irgendwo durchgehen, so ein bisschen. Also das ist natürlich ganz klar eine direkte Anspielung auf Bride of Frankenstein, logischerweise. Aber ja klar, Re-Animator ist eine Art Frankenstein. Ja, da ist mir nur gerade in den Kopf gekommen, dass die beide einen zweiten Teil haben, dann Bride of the Re-Animator, bla bla bla. Wie dem auch sei, bringt er dann Elizabeth zurück, die nur noch ein Schatten ihrer selbst ist. Aber auch wieder mit so einer coolen, oh, jetzt muss dieses Ding wieder dahin und öh und ich mach den Tank auf und öh und öh und Blitze und diese Wiederbelebung-Szenen sind ziemlich cool. Aber ja, sie ist wie das Monster natürlich auch erstmal ein bisschen irritiert, dass sie wieder am Leben ist. Ja, und dann sagt er ja auch zu ihr, Elizabeth, sag mein Name, komm zu mir, ich bin's doch, sag mein Name und das Monster so, nein, komm zu mir, komm zu mir und dann entsteht da so ein Macho-Fight. Ey so, ey so, wenn er auch noch sagt, she's mine, also sie gehört mir, dann bin ich so, what the fuck, mach mal ein bisschen hier toxisches Männer-Level runter. Aber hey, es waren die 90er. Ja, also, die 1790er sogar. Ja, genau. Nee, also das fand ich dann auch so, er ist ja so, er hat ja Probleme mit dem Loslassen und Besitz, weil er ja seine Mutter verloren hat und dann war das, der Tod der Mutter ja im Endeffekt auch sinnlos, weil der Bruder, der dann gerettet wurde, ja auch gestorben ist und der Vater tot und er hat so ein Problem mit dem Loslassen und sagt also, nee, das ist meine und sag doch mal meinen Namen, jetzt komm mal her und das. Und sind wir ganz ehrlich, wenn der Bruder gestorben wäre bei der Geburt, wären wir vielleicht gar nicht überhaupt so weit gekommen, weil dann gäbe es niemanden, den er wiederbeleben wollte. Du versuchst schon wieder Kindesmord zu rechtfertigen. Total. Nein, aber was dann cool ist, ist natürlich Helena Bonham Carter, die Feministin Nummer eins, die sagt, Bitch, ich gehöre keinem von euch, ich setze mich mal an Brand. Und diese Szene ist wieder, also deswegen meine ich, dieses Finale ist wirklich literally on fire, weil sie sich dann diese Lampe schnappt, sich Kerosin überschüttet und sich dann halt anzündet und dann durch dieses Haus rennt und dieses, ey, diese Szene, wenn sie brennend durch diesen Flur rennt und immer gegen die Wände rennt und die dann auch Feuer fangen, die ist so gut. Ja, ja, das ist Girlboss Elizabeth, die sagt, ich lass keinen toxischen Mann in meinem Leben, schon gar nicht zwei, ich zünde mich einfach selber an und nehme ihm seine scheiß Bude dafür, dass er mir das angetan hat. Ich gehöre niemandem, Leute, niemandem. Ja, also ich muss mal ganz kurz, ich hatte mal eine Deutschlehrerin, die hatte auch so einen Ex, der so ein bisschen toxisch war und dann hat sie irgendwie Farbeimer in seiner Wohnung ausgeschüttet und gegen die Wand geschleudert und das hat sie mir im Deutschunterricht erzählt, also sie war auch so Girlboss, ich lass mich von keinem Mann, ich ruinier dir die Bude und das hat Elizabeth auch so gemacht, die nimmt sich nicht nur selbst wieder raus, sie nimmt ihm ja auch sein Haus weg, so. Richtig, sie hat es richtig gemacht, das ist so, ja, naja, also sie hat den Mut, den die Kreatur ja eigentlich nicht hat, weil sie ist ja echt nicht okay mit ihrem Dasein und deswegen bringt sie sich halt um und dann sind wir wieder zurück auf dem Schiff, wir sehen jetzt nicht, was dazwischen passiert, aber wir erfahren dann so ein bisschen, dass es dazu geführt hat, das halt, wer folgt eigentlich wem, er folgt dem Monster, ne, ja genau. Viktor folgt dem Monster, in die Antarktis, in den Nordpol, weil er ihn sozusagen von der Zivilisation vernichten möchte oder so und wir sind dann zurück auf dem Schiff und die, seine Geschichte ist zu Ende und das ist der Punkt, wo Frankenstein stirbt. Ja, an, äh, Pneumonia, Pneumonia, wie auch immer diese Krankheit heißt, aber, ich meine, der ist durch die, an der Lungenentzündung, Antarkt, nee, Arktis gelaufen, das ist geschwommen auch noch, er war ja im Wasser. Also ich habe ja eine sehr schwache Blase und wenn meine Füße auch nur zwei Sekunden in kaltem Wasser sind, dann habe ich sofort eine Blasenentzündung, ist ganz schlimm bei mir. Ach, krass. Und wenn Viktor Frankenstein in dem Wasser schwimmt, kann ich verstehen, dass er danach an der Lungenentzündung stirbt. Also, totally relatable. Ja, ja, und er stirbt dann und die Crew hat nichts Besseres zu tun, als ihm irgendwie so ein Schrein aufzubauen, auf dem sie ihn dann verbrennen und dann kommt tatsächlich auch das Monster zum Vorschein und die Crew sieht eben Frankensteins Monster, ach ja, der ist ja dann in der Kajüte und weint um seinen Vater, so nennt er ihn ja dann und da sehen wir halt auch nochmal die Gefühle, die Frankensteins Monster alles hat und dann wollen sie eben die Leiche von Viktor verbrennen, weil das sein Begräbnis ist und in dem Moment ist es wohl zu warm geworden. Ich check das nicht, woher das dann kommt, dass das Monster, die sich da monatelang gejagt wird und der ja nie irgendwie positive Gefühle für Viktor im ganzen Film gezeigt hat. Ich meine, im Buch ist das so, dass Frankenstein und das Monster noch ein Gespräch miteinander haben, bevor er stirbt und er ihm dann sagt, ich wollte immer Gutes, aber durch all die Negativität, die mir entgegengekommen ist, kann ich das nicht mehr zeigen und bin deshalb böse geworden. Das sagt er ihm dann so und ja, aber für mich war es ein bisschen drastisch, dass er dann sagt, ja der Mann, der mir mein Leben ruiniert hat und ja, er ist mein Schöpfer und deshalb bin ich ihm jetzt auch schuldig, dass mein Leben keinen Sinn mehr ohne ihn macht und nehme mir deshalb das Leben auch. So, das fand ich ein bisschen, hm. Also ich glaube, dieses Gespräch, also jetzt nicht so, aber so ein bisschen haben sie das, als er ihn fragt, ob er ihm eine Partnerin macht, weil er da ja auch so ein bisschen drüber nachdenkt, ob er eine Seele hat und so und ich glaube, dass das ist da so dieses Gespräch, aber ich meine letztendlich, das kann mir vorstellen, dass viele Leute sich da reinversetzen können, dass man, weil er ist ja sozusagen sein Vater, weil er ist sein Schöpfer, er kennt niemand anderen sozusagen und ich meine, man kann sich glaube ich gut reinversetzen, dass Eltern manchmal richtig scheiße sind und man eigentlich no contact haben will, aber irgendwie dann doch, na, das nicht so ganz umsetzen kann. Nicht bei jedem, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Leute das verstehen können und wenn dann so ein Elternteil stirbt, wenn man sich nicht so richtig ausgesprochen hat, ist man vielleicht doch nochmal ein bisschen traurig darüber. Es gibt einen Unterschied zwischen ein bisschen traurig und sich in die Luft, also selbst entzünden, so da ist nochmal ein ganz großer Unterschied. Hat er gelernt von Helena Bonham Carter, von Girlboss Helena Bonham Carter, hat er so gedacht, weißt du was, jetzt ist Papi auch tot, Mami und Freundin ist auch nicht mehr da, deswegen ist es wird wohl an der Zeit, dass ich mich verbrenne. Okay, ja, also ist natürlich ein Ende, weil, weiß nicht, ob das damals, hat man da mit offenen Enden gespielt zu der Zeit, hätte sie jetzt geschrieben und dann kehrt das Monster zurück, Teil 2 kommt nächstes Jahr und dann das Crossover und dann kommt Origins und dann kommt Frankenstein Legacy und weiß nicht, ob das früher so ein Ding war oder auch? Ich glaube nicht, vor allen Dingen, weil sie ja eigentlich die Möglichkeit, einen zweiten Teil mit Frankensteins Braut zu machen, gleich gekillt haben, dadurch, dass sie das schon eingebaut haben am Ende. Deswegen glaube ich nicht, dass das irgendwie eine Idee war und so hat man halt wirklich ein Ende, weil es kommt zu dem Begräbnis, dass die Schollen brechen auf, er schafft es auf das, auf diese eine Scholle zu kommen, wo Viktor Frankenstein auf dem Holz ist und zündet dann sich und Viktor Frankenstein an und dann brennen die beiden halt, während das Schiff, das jetzt endlich nicht mehr im Eis feststeckt, davonfahren kann und dann sehen wir ganz toll gemachte Bilder von dem Schiff, wie es wegsegelt. Nein, tun wir nicht, aber es sind die 90er Jahre. Ja, wie gesagt, der Kapitän merkt dann die Konsequenzen von Viktors Obsession und deshalb ordert er das Schiff wieder an, nach Hause zu fahren. Ja, hat er gelernt, dass er ganz am Anfang hat gesagt, wir gehen weiter zum Nordpol, es gibt nichts Wichtigeres, als dort hinzukommen. Tatsächlich, ich weiß nicht, wie sehr es im Film ist, aber im Buch ist es ja so, dass die Crew anfängt zu meutern und die deshalb erst diesen Unfall haben, weil er eben nicht umdrehen will und so. Sondern alle nach Hause wollen, dann gibt es da so eine Meuterei. Das wird ja im Film nicht so ganz so gezeigt, aber ja, er merkt dann, dass toxische Obsession mit etwas kein gutes Ende hat. Dann hatte es wenigstens eine gute Sache, dass diese Crew hoffentlich unbeschadet wieder zu Hause angekommen ist. Und da Cholera bekommen hat. Genau. Ja, und dann ist der Film zu Ende und wie gesagt, ich habe den früher öfter gesehen und jetzt endlich, Jahre später mal wieder, und ja, ich fand den gut. Er ist zwei Stunden lang okay, aber das kann man schon, kann man schon mal machen. Er ist halt sehr nah an der Geschichte dran, die auch im Buch erzählt wird und ich denke mir, wenn man halt keine Lust hat, irgendwie so ein Buch von vor 200 Jahren zu lesen und irgendwie jetzt auch nicht sowas sehen will mit sehr kreativen Freiheiten, wo es dann irgendwie noch so fünf weitere und mit Braut und Brauts Cousin und all diesem sehen will, ist man mit der Version wahrscheinlich gar nicht so verkehrt, dass man sich einfach anguckt, okay, man hat jetzt hier Mary Shelley's Frankenstein gesehen, das ist genau das. Es ist ein bisschen schade, weil ich finde, Bram Stoker's Dracula macht halt noch was mit dem Theme des Originals, also dass er halt Bram Stoker's Dracula nimmt und da noch so einen Aspekt mit reinbringt, der im Buch vielleicht gar nicht so ausgearbeitet ist und Mary Shelley's Frankenstein ist halt eine strikte Nacherzählung mit so, ja, wir bauen jetzt für dramatische Purposes noch die Frau ein, dass sie wiederbelebt wird und so, aber ansonsten macht er gar nicht so viel anders als das Buch, was ihm irgendwo schadet, aber am Ende dann halt trotzdem die Story in einer quasi Reihenform ist, die man sich da ansehen kann und der geht halt nur zwei Stunden, die erste Stunde zieht sich ein bisschen, bis es halt erstmal zu diesem Punkt kommt, wo das Monster entsteht, vergeht halt relativ viel Zeit, aber alles danach ist eigentlich ganz gut ansehbar und gerade der Climax des Films mit diesem, allem, was da passiert, von diesem zweiten Experiment zu dem brennenden Schloss und das ist halt doch sehr sehenswert und es ist dann auf die bessere Seite des Films und ich denke, wenn der sich ein bisschen anders das gestrukturiert hätte, die Zeit anders genommen hätte und vielleicht ein paar Sachen geändert hat, wäre der nochmal deutlich besser, aber es ist auf jeden Fall kein schlechter Film und wenn man halt wie ich noch nie einen Frankenstein gesehen hat und sich einfach mal gucken, wie wird denn so eine Story klassisch umgesetzt, hat man hier halt eine klassische Story, es ist einfach ein Klassiker, so in der Story, nicht als, das ist jetzt keine, deswegen guckt doch mal in die Episodenbeschreibung, da haben wir Links, wo ihr den Film eventuell kaufen oder bei Amazon leihen könnt oder so und dann setzt euch mit euren besten Freunden zusammen und guckt zwei Stunden lang Kenneth Branagh's Mary Shelley's Frankenstein mit Robert De Niro und Helena Bonham Carter. Ja, oder ihr guckt den mit eurer Schwester zusammen und guckt, was da so los ist und verlobt euch danach. Kleiner Tipp noch am Rande, weil der Film ja jetzt auch schon fast 30 Jahre alt ist, viele Bibliotheken haben, so alte Filme meist irgendwo stehen, dass man die sich auch kostenlos ausleihen kann, also in so eine Bibliothek kommt man relativ schnell an solche Filme und ansonsten könnt ihr auch euch einfach das Buch ausleihen und das lesen, das geht wahrscheinlich auch ganz gut. Nein, guckt den Film. Beides. Okay, naja. Gut, ja, dann toll, fand ich super. Ja, es war jetzt das erste Mal, dass wir nur über einen einzigen Film gesprochen haben. Das ist jetzt quasi eine historische Öffnung mit diesem neuen Format. Wir haben ja beim ersten Mal Creepy Classics über fünf, nee, vier Filme gesprochen, dann haben wir beim letzten Mal über drei und jetzt haben wir es geschafft, über einen Film fast anderthalb Stunden zu reden und es ist nicht mal ein Film, den ich so doll liebe. Also haben wir ganz gut gemacht und ihr seid ja auch richtig fleißig, also ich habe ja in der letzten Folge gesagt, wenn ihr da irgendwie Vorschläge habt, könnt ihr die auch uns über alle möglichen Arten schicken. Wir haben tatsächlich eine E-Mail bekommen, wo uns jemand zwei Filme empfohlen hat. Ich sehe unter der Spotify-Folge haben ganz viele Leute uns was geschrieben und auch tatsächlich im echten Leben haben mich Leute angesprochen, welche Filme wir denn mal zeigen, über die wir sprechen könnten. Also macht ihr ganz toll und wir freuen uns, da vielleicht auch neue Sachen zu entdecken oder euch nochmal einen Blick auf einen vergessenen Klassiker vielleicht zu bringen. Ja und ansonsten, weil es jetzt sozusagen das erste Mal ist, dass wir über einen Film sprechen, nehmen wir auch gerne Kritik entgegen beziehungsweise Feedback. Ihr könnt uns gerne schreiben per E-Mail oder Telegram oder Instagram, wie ihr das jetzt hier fandet, was ihr gut fandet, was ihr vielleicht nicht so gut fandet, damit wir auch noch ein bisschen an diesem Prinzip arbeiten können, über Classics zu sprechen und freuen uns natürlich gerne über Feedback und auch gerne über Feedback, ob ihr jetzt den Film geguckt habt und ihn so toll findet wie ich. Ja, ansonsten natürlich klassisches Feedback über die Folge. Wie gesagt, auf Spotify könnt ihr 1-5 Sterne vergeben, auf Apple Podcast könnt ihr uns bewerten. Ihr könnt uns eigentlich überall bewerten, wie ihr das möchtet, da freuen wir uns auch sehr drüber und ansonsten, glaube ich, habe ich jetzt erstmal genug von Frankenstein. Ich glaube, mein nächster wird noch ein bisschen warten. Ich bin jetzt gut bedeckt. Es kommen ja auch jetzt irgendwie keine großartig neuen. Demnächst erzähle ich dir bei einem anderen Mal, kommt tatsächlich, gibt es so einen, der relativ neu ist, der auf diesem Prinzip beruht. Genau, das ist dann nämlich in unserem normalen Format, was wir auch alle zwei Wochen machen. Da reden wir nämlich über nur neue Sachen. Also wenn ihr jetzt vielleicht nur die Classics hört, guckt doch auch mal in die normalen Folgen rein. Da sprechen wir über brandneuen Stuff. Jeden Mittwoch, jeden zweiten Mittwoch und jeden anderen Mittwoch sehen wir uns hier für die Classics. Super, dann hoffentlich bis nächstes Mal. Ciao. Tschüss.